Herzlich willkommen zu unserem Release-Video im Oktober 2021. Schauen wir uns einmal die neuen Features für diesen Monat an. Das erste neue Feature befindet sich in Ihrem E-Mail-Composer, wenn eine neue E-Mail geschrieben wird. Öffnen wir daher über das Plus-Symbol, über den Punkt Neue E-Mail, das neue Fenster und wechseln in den Reiter Optionen. Die Ansicht unter den allgemeinen Einstellungen hat sich mit diesem Release etwas verändert. Sie haben ab sofort die Möglichkeit, nach dem Versand einer E-Mail automatisch eine Aufgabe erstellen zu lassen. Außerdem lassen sich verschiedene Eckdaten zu Ihrer Aufgabe einstellen, wie zum Beispiel die Verantwortung und den Bearbeiter. Möchten Sie zum Beispiel Aufgaben erstellen, nachdem Sie auf Portalanfragen antworten, könnte die Einstellung für das Zurückstellen der Aufgabe sinnvoll sein. Werden die Felder zu dem Betreff oder Beschreibung leer gelassen, übernimmt die neue Aufgabe den E-Mail-Betreff und den E-Mail-Inhalt für die Beschreibung. Haben Sie unter den allgemeinen E-Mail-Einstellungen nun Einträge vorgenommen für die neue Aufgabe, können Sie über den unteren Button Ihre Einstellungen für die Zukunft speichern. Zukünftig wird dann bei jeder E-Mail in dem Reiter Optionen die Aufgabe automatisch mit erstellt, nachdem die E-Mail verschickt wurde. Eine weitere optische Anpassung finden Sie direkt rechts neben der Aufgabenoption. Die Priorität einer E-Mail wurde nun ebenfalls unter den allgemeinen Einstellungen verschoben. Und weiter geht es zu Ihren Immobilien. Ich befinde mich nun in einer Immobilie, die die Kategorie für den Eigentümer hinzugefügt hat. Wie Sie erkennen können, wurde in diesem Feld ein Warnhinweis hinzugefügt, sofern die Verknüpfung eines Eigentümers als Pflichtfeld für die Vermarktung eingestellt wurde. Diesen Hinweis gibt es analog schon für den Ansprechpartner. Sollte somit in meiner aktuellen Immobilie kein Ansprechpartner verknüpft sein, erscheint auch an dieser Stelle ein Warnhinweis, dass der Ansprechpartner verknüpft werden müsste. Schauen wir uns diese Einstellungen in den Grundeinstellungen über Extras, Einstellungen, Grundeinstellungen im Reiter Allgemein und der Kategorie Vermarktung sperren bei einmal genauer an. In dieser Kategorie können Sie genau festlegen, welche Angaben getätigt werden müssen, damit die Vermarktung einer Immobilie ermöglicht wird. Zurück zu Ihren Immobilien schauen wir uns nun ein Stammobjekt an. Möchten Sie Ihr Stammobjekt bei ImmobilienScout24 als Neubauprojekt unterlegen, finden Sie die erforderlichen Einstellungen unter dem Reiter Vermarktung und der Kategorie Scout Neubauprojekt. An dieser Stelle können Sie die Projekt-ID aus ImmobilienScout24 eintragen und erweiterte Einstellungen zu dem Kaufpreis und der Wohnfläche Ihrer Immobilie tätigen. Mit diesem Release lassen sich alle Felder aus dieser Kategorie nun auch per Makro in einer E-Mail oder einem PDF-Exposé ausgeben. Für dieses Beispiel habe ich mir eine E-Mail geöffnet, damit die unterschiedlichen Makros vorgestellt werden können. Der Kaufpreis lässt sich mit den Makros Scout Neubauprojekt, Kaufpreis von und Kaufpreis bis ausgeben. Für die Wohnfläche wurden die Makros Scout Neubauprojekt, Wohnfläche von und bis hinzugefügt. Die nächste kleine Anpassung befindet sich bei den Adressen und in der Adresse unter dem Reiter Immosuche. Möchten Sie sich für einen Adressdatensatz mit aktivem Suchprofil einen Überblick verschaffen, welche Immobilien interessant sein können, hilft Ihnen der Reiter Immosuche bei der Kontaktaufnahme oder das Versenden verschiedener Immobilienvorschläge. In dem unteren Bereich können Sie sich Details zu jeder Immobilie anzeigen lassen. Wenn ich somit eine Immobilie anklicke, erscheint in dem unteren Bereich eine detaillierte Auflistung der Immobilieneckdaten. Hierzu gehört auch der Status. Grundsätzlich haben Sie die Option, den Status 1 sowie den Status 2 zu aktivieren, können jedoch auch nur mit einem Status arbeiten. Sofern das Feld Status 2 aktiv ist, wird dieser nun auch in dem Detailfenster angezeigt. Bisher konnte an dieser Stelle nur der Status 1 ausgegeben werden. Möchten Sie herausfinden, welcher Status bei Ihnen aktiv ist, Navigieren Sie zu Extras, Einstellungen, Administration, in dem Reiter Eingabefelder, im Modul Immobilien und unter der Kategorie Technische Angaben. Suchen Sie nach den Feldbezeichnungen Status 2 oder Status 1 bzw. Status und schauen sich an, welches der Felder auf der rechten Seite aktiv ist. Für das Telefonmodul von OnOffice wurden mit diesem Release einige Probleme mit italienischen Telefonnummern behoben. Da es in Italien im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern keine Ortsvorwahlen gibt, wurden die ersten Zahlen abgeschnitten. Dies wurde mit diesem Release behoben, sodass jetzt italienische Rufnummern ohne Probleme gewählt werden können. Eine weitere kleine optische Anpassung wurde für Ihren Widerruf umgesetzt. Navigieren wir in die Grundeinstellungen über Extras, Einstellungen, Grundeinstellungen zu dem Reiter Widerruf und schauen uns in der Aktionsleiste die Vorschau für Ihre Textbausteine an. Hinter dem Hyperlink der Widerrufsbelehrung gibt es nun eine Textanpassung für Ihren Musterwiderruf. Hierbei wurde der Text von Musterwiderruf öffnen in Musterwiderrufsformular öffnen umbenannt. Und auch diesen Monat gibt es wieder eine neue Funktion in der OnOffice-App für iOS-Geräte. Ab sofort können Sie in der OnOffice-App sofort nach einem Telefonat automatisch oder manuell Telefonaktivitäten erstellen. Wenn Sie Ihre OnOffice-App aktualisieren, finden Sie unter den Einstellungen und allgemein den Punkt Aktivitäteneintrag bei Anruf. Die erste Konfigurationsmöglichkeit Aktivität erstellen zeigt Ihnen bei einem ausgehenden Telefonat ein Pop-up, das mit einer Beschreibung, Aktionsart sowie Aktionstyp befüllt werden kann. Sofern Sie die Option Automatisch erstellen aktivieren, wird ein Aktivitäteneintrag im Hintergrund erstellt. Sie müssen hierbei keine Beschreibung mehr eintragen. Möchten Sie keine Aktivitäten erstellen lassen, deaktivieren Sie die beiden Optionen. Des Weiteren wurde ein Problem bei der Verlinkung von Internetadressen im Messenger der OnOffice-App behoben. Möchten Sie Feldänderungen in Ihrer OnOffice-Enterprise-Version nachvollziehen, können Sie über Extras und Log jede Änderung für jedes Feld einsehen. Hierbei wurde im oberen Bereich das Feld Wert beschreibbar gemacht, sodass dieses jetzt für spezielle Suchaufträge genutzt werden kann. Kommen wir nun zu Anpassungen für den Prozessmanager. Denn bei den Prozessschritten gibt es kleinere Anpassungen für einen besseren Workflow. Für den Prozessschritt Folgeprozess starten, wird bei der Auswahl des Folgeprozesses nun keine Angabe vorausgewählt. Versenden Sie automatische E-Mails mit dem Prozessschritt E-Mail, können Sie nun auch wieder E-Mail-Vorlagen versenden, die das Makro Objektstatistik beinhalten. Des Weiteren wurden Probleme bei verknüpften Betreuern einer Immobilie oder Adresse behoben. Wenn Sie den Betreuer ausgewählt hatten, konnte es vorkommen, dass nicht der Betreuer des Prozesses, sondern des Prozessschrittes ausgewählt wurde. Die nächsten Anpassungen wurden für Projekte und Projektvorlagen für Sie umgesetzt. Möchten Sie neue Projekte aus Vorlagen erstellen, können Sie über das Plus-Symbol Neues Projekt und Neues Projekt nach Vorlage auswählen. Suchen Sie nach Projektvorlagen, werden mit diesem Release nur noch Vorlagen und nicht mehr all Ihre Projekte in der unteren Liste angezeigt. Und auch für das Projektboard, welches Sie über Statistiken, Projektübersicht und einem beliebigen Projektboard erreichen, gibt es eine kleine, aber sicherlich praktische Anpassung zur Planung Ihrer Projekte. Wenn Sie ein Projekt ausklappen, sodass Sie die verknüpften Aufgaben einsehen können, ist nun ersichtlich, wie lange sich ein Projekt schon in der jeweiligen Phase befindet. Und auch diesen Monat begrüßen wir wieder ein neues Portal Buy on Office. Als freier Finanzdienstleister für Wohnimmobilien realisiert das Portal Maklerservice24 seit 2017 den Traum von den eigenen vier Wänden für Neubau und Bestandsimmobilien. Über das Immobilienportal wird die Aufmerksamkeit potenzieller Kaufinteressenten im Rahmen einer Baufinanzierungsberatung auf Ihr Immobilienangebot gelenkt. Außerdem unterstützt das Portal Sie aktiv bei den Verkaufsprozessen in Form von Kontaktanfragen in marktüblicher Qualität. Dieses Portal finden Sie nun auch in unserer Portalübersicht in den Grundeinstellungen über Extras, Einstellungen, Grundeinstellungen, in dem Reiter Portale und natürlich über das Plus-Symbol. Fügen Sie dieses Portal hinzu und setzen Sie einen Haken unter Aktiv, um dieses Portal kostenfrei zu nutzen. Bei einem CSV-Import für das Maklerbuch konnten Sie bisher die Spalte Nummer importieren und bearbeiten. Diese Funktion wurde entfernt, da es bei den Importen von automatisch vergebenen Feldern oftmals zu Problemen kam. Für API-User, die als Schnittstelle Ihrer Webseite oder Entwicklungsumgebung fungieren, gibt es ebenfalls eine kleine Anpassung. API-User befinden sich wie normale OnOffice-Benutzer unter Extras, Einstellungen, Benutzer und unter dem Reiter API-Benutzer. Möchten Sie für Ihren Zugang neue Tokens generieren, damit eine Verbindung aufgebaut werden kann, wird dieser Benutzer geöffnet und das Token über das Symbol mit den zwei Pfeilen neu generiert. Bei diesem Vorgang werden beide Tokens, also der API und der Secret-Token, neu erstellt. Bisher konnten Sie einen API-Token generieren, ohne dass der Secret-Token sich geändert hat. Diese Einstellung ist obsolet und wurde daher entfernt. Zu dem Thema API gibt es nur noch einige technische Anpassungen. Bisher konnten die Aktivitäten per API für eine Immobilie oder eine Adresse ausgelesen werden. Der API-Call wurde jetzt so erweitert, dass auch eine Liste von Immobilien oder Adress-IDs angegeben werden kann, damit die gesammelten Aktivitäten ausgegeben werden können. Außerdem wurde der API-Call für die Terminerstellung oder Bearbeitung angepasst. Es können jetzt als Terminort über den Parameter Location auch die Werte Videokonferenz und Videokonferenz aus Benutzer angegeben werden. Und das war es auch schon mit unserem Oktober-Release. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie mir gerne einen Daumen nach oben da. Bei Fragen wie immer gerne in die Kommentare reinschreiben und über Feedback würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Für weitere Videos und Tutorials abonnieren Sie unseren Kanal.